Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Wir werden nicht allein sein. Nadja. Kommst du nicht mit? Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. Arschloch, ich bin so. Arschloch. Hey, lass das. Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise das ist ein Manuskript. Der Verleger findet es scheiße. Darf ich es mal lesen? Auf keinen Fall. Also ich verstehe mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung. Schon gut. Ich habe es verstanden. Verdammte Scheiße, die spinnen doch. Nadja Stecher ist Bademeister. Echt jetzt? Zumindest der, der letzte Nacht bei ihr war. Ich habe den Debit eingeladen. Richtig machen. Die ist ja nett. Die Nadja. Ja, sie macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das Asche! Das Asche! Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle. Felix meinte, dass er den hat, dass mehr leuchtet. Hast du es schon mal gesehen? Ja, 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 ja! Komm doch mit. Wir sind erst mal sicher. Boah. Wir sind erst mal sicher. Vielen Dank.